Eltern werden zu Bildungsexperten. Jetzt erst recht, kann man sagen, denn die Bildung findet in Corona-Zeiten ja vor allem zu Hause statt. Wir wollten wissen, wie läuft das eigentlich mit der Digitalisierung in der Schule? Das Institut Allensbach hat in unserem Auftrag nachgefragt, im Auftrag der Drei-Quellen-Mediengruppe und deren Geschäftsführer Volker Schmidt ist jetzt bei mir. Hallo. Über das Thema digitale Ausstattung der Schulen hört man, muss man sagen, immer wieder mal nichts Gutes und man muss konstatieren, die Zahlen geben dieser Vermutung recht. Ja, zuerst einmal vielleicht vorweg, wir müssen das ziemlich differenziert sehen. Bei der Beurteilung der Frage, welche Einrichtungen denn im Zuge der Pandemiebekämpfung eher geschlossen werden sollten, steht die Mehrheit der Niedersachsen auf dem Standpunkt, bei den Schulen müssen wir sehr differenziert vorgehen. Soll heißen, das Ziel des Kultusministeriums, die Schulen und die Betreuungseinrichtungen, zumindest in der Anfangsphase, wenn auch eingeschränkt offen zu halten, das wird von einer großen Mehrheit der Niedersachsen begrüßt. Also hier steht man schon auf dem Standpunkt, die Mehrheit jedenfalls. Grundschulen, jawohl, das sollte man den Eltern überlassen. Notbetreuung bei den Kindertagesstätten sollte man machen. Das sagen 53 Prozent und nur 24 Prozent sind dagegen. Und was das Interessante ist, dieses Meinungsbild spiegelt sich im Grunde genommen in allen Parteien durchweg. Interessant wird es allerdings und dazu haben wir einen, wie ich finde, sehr aussagekräftigen Chart vorbereitet. Wir haben gefragt, wie sind denn eigentlich die Erfahrungen von Eltern, von Schulkindern mit der Digitalausstattung der Schulen. Und hier ist es so, dass die Schulen weder von der Ausstattung noch, und da kommen wir in einem weiteren Blog zu, von den didaktischen Konzepten beim Homeschooling her ein gutes Zeugnis bekommen. Die Schulen sind auf Homeschooling nicht vorbereitet. Das sagen im Grunde genommen 46 plus 14, sprich 60 Prozent der Eltern von Schulkindern in Niedersachsen und nur 27 Prozent ziehen die Bilanz, dass die Schule ihrer Kinder digital gut aufgestellt ist. Vier Prozent sagen sogar sehr gut, 23 Prozent sagen gut aufgestellt. Der Rest ist da ein wenig hin und her gerissen. 60 Prozent schlechte Ausstattung, das ist ein Jahr nach Beginn der Pandemie im Grunde genommen kein guter Wert. Ich sage allerdings auch der Vollständigkeit halber, dieses Bild teilt Niedersachsen im Chor mit vielen anderen Bundesländern auch. Ja, Volker Schmidt, Sie haben es gesagt, die Corona-Krise dauert ja jetzt schon über ein Jahr und da muss man schon vielleicht auch mal auf die Fortschritte gucken, die es seitdem gegeben hat. Genau das haben wir getan. Wir haben gefragt, was hat sich denn in den letzten Monaten getan? Was haben denn die über 1300 Niedersachsen geantwortet? Ja, das ist hochinteressant. Das haben wir getan und einfach mal versucht, hier auch Bilanz zu ziehen. Und da ist das Meinungsbild sehr eindeutig. Wiederum die Eltern von Schulkindern gefragt. 61 Prozent sagen, in Niedersachsen hat sich eigentlich herzlich wenig getan und nur 21 Prozent sagen, was die Ausstattung der Schule mit Computern betrifft, mit digitalen Medien, haben eine Verbesserung. 13 Prozent machen sehr unterschiedliche Erfahrungen, aber immerhin jeder Fünfte sagt, es hat sich ein bisschen was getan. Gleichwohl, ich denke, hier müssen wir so ein bisschen vorsichtig sein bei der Interpretation der Daten, weil hier ist natürlich noch ein Punkt zu berücksichtigen, nämlich die Frage, wie sieht es denn zu Hause aus? Vielfach haben die Eltern ja sozusagen auch zu Hause aufgerüstet und sind dadurch erst überhaupt in Stande gewesen, ihren Kiddies auch ein einigermaßen vernünftiges Homeschooling anzubieten im Rahmen der Möglichkeiten. Aber was wir eben hier auch festgestellt haben, eine enorme Spreizung zwischen den sozialen Schichten. Soll heißen, in höheren, größtenteils auch in den mittleren sozialen Schichten. Funktioniert es mit der technischen Ausstattung der Elternhäuser? Das ist kein Problem. Aber hier kommt eben vor allem auch zum Tragen, dass die schwächeren sozialen Schichten, die von Corona sowieso schon stark betroffen sind, hier große Probleme haben. Hier drohen die Kinder gerade aus diesen Elternhäusern zu den großen Verlierern der Corona-Krise zu werden. Das müssen wir sehr aufmerksam weiter beobachten. Lassen Sie uns auch mal auf die Lehrkräfte schauen. Das reicht ja ehrlicherweise nicht, wenn man sagt, den drücken wir jetzt alle ein Tablet in die Hand und dann sagen wir, jetzt macht mal schön. Man muss ja auch im Gesamtkontext dann am Ende was damit anzufangen wissen mit diesen digitalen Mitteln. Wir haben gefragt, glauben Sie, dass Lehrer für den digitalen Unterricht ausreichend ausgebildet und geschult sind oder glauben Sie das nicht? Wie ist das Ergebnis? Ja, und auch hier ist das Ergebnis eindeutig. Die große Mehrheit der Niedersachsen sind da skeptisch. Die glauben das nicht. Es ist eben so, das muss man immer wieder sagen, was nützt uns die beste Ausstattung an Equipment in den Schulen, in den Elternhäusern? Das ist eine notwendige, aber eben keine hinreichende Bedingung. Wichtig ist eben auch für ein erfolgreiches Homeschooling, dass die digitale Kompetenz der Lehrkräfte vorhanden ist. Und hier, wie gesagt, sind die Niedersachsen sehr, sehr skeptisch. Fast zwei Drittel sagen, glaube ich nicht. Und nur zehn Prozent sagen, wir stellen schon fest, die sind ausreichend ausgebildet, sind ausreichend geschult. Dieser Zehn-Prozent-Wert, den wir hier gemessen haben, muss man hinzufügen, ist der Durchschnittswert aus zwei Umfragen. Einen im Dezember, einen im Februar. Und der aktuelle Wert zeigt steil nach unten. Das sind nämlich keine acht Prozent mehr, die der Auffassung sind. Fragt mal nach den Gründen. Kommen wir auf einen Punkt zu sprechen, der sicherlich auch eine Rolle spielt, nämlich, dass der öffentlichen Verwaltung gegenwärtig generell kein gutes Zeugnis ausgestellt wird. Und die Lehrkräfte sind nicht imstande, sich davon zu emanzipieren, wenn man so will. Sie also mit Gagen mit gefangen. Was sagt man am Ende eines Videos, in dem es um Schule geht? Hefte raus, Klassenarbeit. Wer sich noch besser vorbereiten will, der kann natürlich noch weitere Videos schauen zu unserer großen Allensbach-Umfrage. Einfach auf die Rundblick-Website klicken oder natürlich auf unseren YouTube-Kanal. Wir sehen uns. Wah! Mmm-M Täpst! Sochi Musik He from here Untertitelung des ZDF, 2020